Da ist ein Fisch vor mir. Ha! Oh! Was? Er hat grad'n Schlemmerfili, Alter. Hä? Alter, auf dem Schlemmerfili hat die auch Bock, holy shit. Von Mama zubereitet? Nee, vom Ofen. Das ist sonst passiert. Dann noch eine Zitrone drüber, Alter. Hä, Fisch mit Zitrone? Wer ist denn sowas? Kappa Kepo. Wer ist denn überhaupt Fisch? Boah, Alter, den kriegst du direkt. Boah. Spielt ja echt die Mörder-Karte. Mörder! Chris, ich glaube, wir haben übrigens nur einen Traitor, weil Chris wieder zu langsam war, weil er eine Stunde noch kacken war. Alter, da gab's doch so... Ich bin ja auch der schwerste von uns allen, deswegen bin ich auch der langsamste. Da gab's doch so... Patrick. Patrick läuft sehr verdächtig rum. Er hat eine Krube in der Hand und schlägt mich gleich wieder tot. Ja, analysier die Situation weiter. Aber wir schießen hier unten, Alter. Er hat einen brennenden Stuhl. Brenne, du! Ungläubiger! Die Christen-Challenge mit Steinbewerbe. Ja, meine Nachbarn denken bestimmt jetzt wieder, ich bin irgend so ein, keine Ahnung, Gottesanbeter oder so. Ey, Tzulu, bist du eigentlich Traitor? Musst ehrlich antworten. Alles da, ich vertraue dir. Warte mal, Kler vertraut Leuten? Ich glaube, Kler ist es, oder? Oh, Peric ist es. Kler, Kler! Es ist Peric! Hey, ich bin... Ist das wirklich Peric? Nein, Kler! Oh, Peric hat auf mich geschossen, ich versuche ihn grad zu töten. Uff! Ja, Kler. Hä? Bist du bescheuert? Lol, du bist es. What?! Hä, was war denn das, Kler? Bist du bescheuert? Was denn? Hä? Ich laufe hierher und machst du scheiß Calls. Hör auf mit dem Kacken. Schantau? Ja. Du stehst direkt neben mir. Ja, ja. Du stehst direkt neben mir und ich hau so was raus. Ey, Peric ist es, ne? Ich seh dich halt neben mir, ne? Warum soll ich so was machen, wenn ich Peric da wär? Hey, das ist... Also ich muss echt... Du hast genau neben dir abgestochen und Schantau zweimal auch in den Leben die gemessert. Echt? Hab ich gar nicht gesehen. Ne, ne, ne. Also ich muss sagen... Ich muss sagen... Weil du immer mich abstechen wolltest. Hast du mir gesagt, warum ist der so nah mir? Will der mich auch was anstehen? Und wenn ich sage, Schantau hat ein Messer, ne? Dann ist die... Ja... Schon der Verdacht groß, wie er es in die Kiste ist. Hast du das denn bitte gesagt? Da hast du bei mir nicht gesagt. Er hat's gesagt, bevor er gestorben ist. Vor er gestorben ist direkt. Ja, Schantau hat ein Messer. Er sagt ein Knife und dann war's still. Übrigens, klar. Der tote Fisch, der bei dir auf dem Tisch liegt, ne? Richtig genauso wie dein Glied. Ich muss sagen, der tote Fisch hat mehr Gehirn als du. Hatte. 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 Ja, der ist ja, ne? Selbst tot hatte. Geh weg von mir, Alter. Warum bist du Trait? Und dann würde ich dich beobachtet. Ja, ich will nicht... Boah, Alter, Klör. Wenn du nochmal so was sagst, bringe ich dich um. Alter, hast du mich grad runtergegeben? Nein. Ich hab' die Beine gebrochen. Ich sag' nur jeden Sekunden, Pä. Weil wenn ich dann wirklich sterbe, dann konnte ich noch ein Pä rausbringen. Pä. Pä. Boah, Alter, Klör. Siehst du hier wie Smoke? Ja, das hat ne Smoke. Ja, das hat auch keine Richt. Nee, ich hab' ich oben geworfen. Holy shit, Alter. Feier in der Holis. Fak, Alter. Ich hab' nur noch 20 AP wegen der Scheiße. Meil, ich bin Traitor. Was ist das hier? Das? Tower, Blaze! Oh mein Gott. Läs' it! Mach's die Zudor ist es? Ja, ne, ist jemand. was machst du da schon wieder das ist schon wieder dreckig ich habe geklatscht um das nicht zu machen aber es geht nicht oh mein gott schade ist vor mir weggeflogen hallo weg 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 lass mich weg bist du warst du das alter ich trau jetzt ja ich trau jetzt einfach mal also ist nicht schon alle tot denke ich und ich bin ein frickel hallo ich hab schon taus leiche gefunden ja klar ich befreie dich chris hatte ich den paul im dunkeln einfach weggestochen habe einfach ins nichts gekloppt und dann auf oder wischend ich habe ich sage jetzt jede sekunde päh dass wenn mich dann tötet man sofort weiß dass er es war päh 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 ja klar dein roleplay ist halt dein roleplay gehörst du sowieso nicht schnichtet weißt du das ding ist halt klar wenn man immer trollt dann ist es einfach so dass die leute nicht mehr darauf hören was du laberst ja aber wie gesagt die leute achten nicht mehr darauf die blenden dich aus kühler die blenden dich einfach schon aus weil du nur treu ist alter glaube ich dir nicht weg von mir weg von mir halt hey hat er dich abgeschossen nee aber wollte also manchmal denke ich mir du willst ja tatsächlich die beine brechen kommt der so vor mir runter ihr knackt kaputt hallo 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 Chantau schon wieder so ein dreckiger sneaker hast du gleich hier gemacht was ich wollte auf den schrank die heutige folge wird ihnen präsentiert von sneaker hat er hier hier wollte ich drauf sneaker die mit dem kunststoff mit Chantau wow der hat den schrank umgeworfen alter randale rudy randale war wieder unterwegs oh klar hab ich dich getroffen ich hab ja du wolltest das bild aufschießen weil das tatsächlich nicht aufgegeben wow tschüss klar ähm pausel nein ich hab ne scheiße nein ich hab ne scheiße ja natürlich du hast powerful auf 3 hp runter gemacht nein der war schon der ist abgestürzt der hatte schon 20 hp vorher achso der ist abgestürzt ja er ist beim treppe runtergehen runtergefallen mhm ja leiter sind auch völlig wumpe der fucking clur alter ja 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 ihr braucht nie mehr als einen schuss ja weil ich direkt mich vor dich stelle und dir mit der schrubstimmte volle lade ins Gesicht kloppt ja weißt du wie man sowas nennt clur? karma ne doch karma ist ja gering ich meine das ist ja höher ja und du hast aber ein schlechtes real life karma ne das kann man halt nicht fixen das ist das schlechte real life karma das ist das schlechte real life karma kommt drauf an wie gut der stricke ey das ist ja unglaublich du hast du nicht kauft das waren noch dingens ne hä shatau hat nicht gekauft das war noch ähm also bei mir ist der die ganze zeit gelaufen er war noch preparing ich bin preparing nein warte mal warte mal der hat im prüftigen stehen geblieben hat der da war so ein schöner Perr ne bei mir war eine sekunde preparing dann bin ich losgelaufen bei mir nicht also ich hab den shantau die ganze zeit bei mir rumlaufen zu hören bei mir nicht irgendwie irgendwie also ich call jetzt mal shantau Perrick hä ja hä wieso ihn verteidigen ich seh den die ganze zeit konnt nicht sein doch der kam auf mich zugelaufen direkt als ich direkt als ich dems war da direkt als ich äh traiter angezeigt worden ist ja genau hei seit wann ist ein Traitor grün boah ne Pumpgarten Alter das ist genau mein Style hast du schon hast du schon ja hast du mir grad die Muni weggenommen war meine Muni er hat wem die Muni weggenommen er hat sich grad komisch bewegt er ist nicht er hat komisch gebliegt ja was willst du von mir ich hab nur gesagt dass ich bei dir bin achso ok 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 und ich denke ich bin bei Shitzulo Shantau wurde geneifed ich bin bei Shitzulo hallo ich bin bei Shitzulo Shantau wurde geneifed wo wo also Shitzulo Shitzulo war es auf jeden Fall schon mal nicht dann kann ich es auch nicht gewesen sein ich war bei Shitzulo ich war bei Turi ich war bei ne warte mal ich war bei Shitzulo ja wow ich war sagen wir mal 80% der Zeit um aber Chris war eher bei mir ich weiß nicht was denn safe call Kler ist bei mir ich hätte schon geschossen was nein ich willst nicht du bist es alter du musst es sein du musst es sein was der fuck du musst es sein du musst es sein du musst es sein du musst es sein der Typ schießt immer einfach Alter was du mit den Racer wie ich zu wolltest wahrscheinlich irgendwas machen nein da hinten ist ne Schießerei du und ich sind beide in die selbe Richtung und dreht sich um mir den Klick ne ich hab die ganze Zeit auch nicht geguckt aber egal ja und wir sind beide in die selbe Richtung gegangen zu der Schießerei ja gut aber es waren ja auch nicht mehr viele am Leben also ja aber es war ja noch kein fester Bestandteil das nicht ja doch klar die anderen beiden ne 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 klar sicher Kler wenn warte mal wenn warte mal wenn ja aber wenn sich vier Leute wenn vier Leute leben zwei knallen sich an so gehen wir mal davon aus dass die Traitor sich nicht gegenseitig anknallen ja 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 ne 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 du brauchst jetzt deinen dein deiner Schandhatt musst du nicht gut reden du hast den Klick Alter Kler du redest eh nicht mehr lang oh komm doch ist Kler tot oder Asch? ne mir gleich ne 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 wenn der gleich mal in meiner Nähe ist Junge dann gibt's ne komplette Pumpgunladung mal zwei in deiner Pup Herze Junge schon ärgerlich dass du zwei Schüsse brauchst ich brauch nur einen ich dachte ja nicht dass der andere in deinen lebendigen Körper geht obwohl du hast recht ich hab nur noch half weil ähm sie brauchst noch mal einen Schuss aha okay äh das wird jetzt aber komisch hier ne also Jungs ne wir machen hier ein bisschen die ja im Prinzip im Prinzip gibt's eigentlich wieder noch die Klauncher hmm irgendjemand ist hier steil am Abgehen er macht mal einer das scheiß Licht an kann man hier mal aufmachen ach scheiße da kommt man gar nicht hoch ich will eigentlich nach oben Alter Junge du warst du das Zorn hier alles aufbauen naja 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 hm naja naja na ja naja jetzt miss ich klar ich glaub es ist Peric ja naja so wie du geguckt hast es ist halt nicht was du machst ach wie du es machst ach so ja 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 naja naja ah mein Oge juckt Zwei Trade Oh mein Gott, bist du tot? Nein. Alter, fucking powerful, Alter. Ich hab ausgesprochen. Weißt du, der hört einfach mitten im Satz auf zu reden und auf einmal denkst du direkt, irgendjemand ist tot. What the fuck ist los mit dir, Clur? Irgendwie ist Clur komisch. Ich weiß auch nicht. Du musst dir reingeschossen, du bist so. Hast du mich reingegangen? Da ist eine Wand, Clur. Aber inwer, ich muss grad sagen, immer... Idiot. Und hau, das warst du, Pisser. Nein, nein, du hast ja gestorben. Aha. Was machst du hier? Was machst du hier? Weg von mir, verweg. Ja, ich geh weg von dir. Ich guck mal, wann hast du gestorben. Ich kenne mich jetzt... Ob du das gemacht hast. Piper kann's aber auch sein, pass auf, ne? Ja, ich kann's auch sein. An was hast du gestorben? Boah, habt ihr mal... Der hat sich nicht beidemt worden. Lol, ernsthaft? Lol. Was sagst du, Chris? Was ist das mit Clur da drin? Ich hab Clur nicht mehr gesehen. Also Clur ist wahrscheinlich auch dort. Alter, dann geht weg von mir, Alter. Ich trau dir nicht. Also steht zu nur und... Ich hab heute mit dem Messer. Okay. Frag ist es, Frag ist es. Was? Ich hab mich erschreckt, Alter. Chris ist auch. Ich find's nicht, das weiß ich. Ich würde sagen, dass ich eine gute Frag-Cup-Cup hab, aber... Kompel! Ey, sag mal Clur! Hat's denn eigentlich gerade nen Kampf? Hat's eigentlich schon nen Kampf, oder...? Ich gehe in die Leiter hoch 10 Meter. Du schnitz da unten, Schlitz. Heeeeh! Vor allem, das Geilste ist, ich schnitz Clur ab. 10 Sekunden später kommt auf immer... Ja, was the fuck? Ja, was the fuck? Was the fuck, ey? Ja, Powerful, bist du echt an Fallschaden gestorben? Ja, weil ich zweimal runtergefallen bin. Ach doch, okay. Ich dachte, du wärst an der C4 weggesprengt worden. Ja, wie gesagt, zweimal an derselben Stelle runtergefallen. Der war lucky. Baby Rage? Wann mal zweimal an derselben Stelle? Ja, innerhalb von zwei Minuten oder so. Also, ich bin da nochmal lang gegangen und wieder hinten runtergeflogen, einfach. Ja, das ist ziemlich professionell, Powerful. Ja, auf jeden Fall. Läuft bei dir. Profi-Spieler. Mir hat übrigens mal jemand geschrieben, wenn man den C4 legt und man stellt den Timer auf mehr Sekunden ein. Ja, das ist der Sound leiser. Ja, dann ist der Sound leiser. Dann hört man die C4 nicht mehr. Mal ausprobieren. Hab ich doch gerade schon. Ihr habt die C4 nicht gehört. Das war irgendwie eine Minute dreißig. Ich würd aber auch jetzt nicht unbedingt das C4 hören, wenn ich selbst Trader bin, okay? Da hab ich den Befehl mal hier reingelegt. Wer sterben möchte und das ausprobieren möchte, guck mal hier hin, ob die das hört. Na, hörst du es? Das Ding ist halt, Clur trollt halt wirklich nur so rum, wenn er inno ist, ne? Der, der so als Traitor, als Traitor trollt, der nie so... Hey! Clur ist es! Ja, oder nicht? Der trollt nie... So rum, ne? Was ist das? Das ist das Gute, wenn man unberechenbar spielt. Das ist das Gute, wenn man unberechenbar spielt. Aber es weht... Ja, irgendwer ist schon gut rum. Du wolltest niemand... Ach! Ja! Chris hat einen Rocket Launcher, pass auf! Hä, wie hat der einen Rocket Launcher? Der Traitor ist. Oh, Chantau! Ich bin mal tot, warum hast du dich infizitiert? Ich bin ja keiner von dir neben, komm, Mann! Warte mal, wenn Chris tot ist... Chris und Clur! Warte mal, schon! Warum folgen? Das hat jetzt nackig gedauert! Holy shit! Das ist jetzt never lucky! Ich bin's eckig! Nein, safe call! Dim, du, 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 du! Ich bin's ebben! Oh, ich bin's tot? Wer fliegt denn hier alles rum, ey? Woa! Holy shit! Wie warst du noch unten am Mittwoch da? Ja, ja. Ich hatte leider das Glück, dass er uns beide so von der Seite erwischt hat. Beim Rumlaufen. Ja. Ich konnte... Ich musste... Also nach der Aussage, wobei... Muss ich einfach direkt das Messer kaufen. Ich hatte einfach irgendwie das dringende Bedürfnis. Einfach so wichtig. Hab zuerst mal voll im Bauch. Obwohl, das hätte er eigentlich vorhin ausnutzen können. Das Vertrauen von Parry zu mir. Ja, ja, Clur, ne? Weißt du, ich hab echt gedacht, du wärst halt echt nicht Traitor, so. Und dann... Genau in dem Moment, wenn ich sag... Das Gute ist halt, wenn Clurt holt, ist er nie Traitor... Stich der mich ab, ey. So ein Antimetrick. Chantau, bleib mir stehen. Nein. Never lucky Chantau. Never lucky Baby Rage? So eine Bombe jetzt mal in die Hand legen, Chantau. Chantau hat sich das gemacht. Boah, das funktioniert. Intendary! Alter Werlek hat auf mich geschossen. Es geht schon wieder los, ey. Schon wieder Krawall gemacht. Oh mein Gott! Alter! Moin! Wie war ich denn von der anderen Seite hier auf? Also, es hat nur jemand in meine Richtung geschossen. Ich geh... Warum bist du hurt, Clur? Weil du mir wehgetan hast. Ich! Ja. Ich! Ja. Hä? Ich bin bescheuert. Clur, warst du das? Nein. Clur rennt mir aber nicht hinterher. Was hast du gerade geworfen, Chris? Schon mal ein gutes Zeichen. Ich hab meine Pistel dahin geworfen, weil ich... Ach so, und warum? Weil mit dir die ich krassere Bretter drücke. Weeeeee! Das ist stauervoll. Ja, safe call. Ja. Oh Gott, ich hörte C4! Oh! Du kannst mir doch kein Instagram eingeben. Ich hörte C4 irgendwo. Du hörst C4, also was ist fertig? Da hat's wohl jemand. Ja, ich bin bei dir. Und im Keller oder wo? Ich beobachte dich, wo du hinten... Aha, Chris. Wo hast du denn C4 gehört? Irgendwo hinten. In die Richtung, wo du gerade hinläufst. Warte, echt jetzt? Ich hör hier gar nix, Alter. Hab ich schlechte Ohren, Alter? Oder hör ich echt nix? Ja. Hört ihr Perek? Ich hör nicht. Also ich hör hier echt nix. Ich hör nur diese komische TTT Musik, Alter. Ja, ohne Witz. Ey! Witzelor? Was macht ihr eigentlich da? Ihr... Reggits? Reggits bei mir. Ja, Powerful. Ich bin immer noch bei dir. Das stimmt. Ja. Also hinten war sie nicht, ne? Also nur zuvor. Okay. Out of my mind. Out of my head. Out of the tears. Hm? Powerful. Vielleicht ein bisschen mehr? Ne, ich hab schon gesagt, hat C4. Ist das auch bald mal hoch? Ne, die hat ja... Ach, hier bist du. Ja, sorry. Ja, äh, occupied, bitte. Also sorry, du meinst. Hä, aber... Wo war das jetzt? Irgendwo. Schöntau. Ich bin nur hier, aber es hat C4. Irgendwo oben in dem Zimmer wahrscheinlich. Ja, irgendwo links? Da war's. Das war's. Ja, ist gerade hochgegangen. Ist irgendjemand tot? Auf der anderen Seite der Map auf hin. Ist irgendjemand tot? Sag mal was, hallo. Ja? Anscheinend ist C4 tot. Anscheinend ist C4 tot. Warte mal, das wird doch angesagt, oder C4? Wer ist das denn hier? Hä? Hä? Wer war das denn? Hä? Wer war das denn? Ich war ganz unten, aber nicht. Wer ist denn das hier? Wo der? Ich war da in dem Dingens. Ach, Schöntau ist das. Ok. Das muss ganz unten gewesen sein. Chris und C4 sind tot, oder was? Chris ist nicht tot, oder? Ne, Chris ist nicht tot, oder? Ne, ich lebe noch. Ne, ich lebe noch. Der läuft doch ganz komisch rum, keine Ahnung. Wie bist du wert? Hä? War das unten vielleicht? Ich call jetzt mal. Ich call jetzt mal. Ja, ich... Genau. Ich... Also ich sag da mit dem C4... Also der Kron hat das auch einer. Ich sag ja, dass es Chris ist. Ja, aber warum sollte Chris Dings uncallen? Das macht doch gar keinen Sinn. Ich... Ich... Hä? Eine Armlänge Abstand, ja? Ist auch keiner. Wo soll denn die Leiche von... Seid ihr sicher, der ist tot? Nein, aber der muss nicht tot sein. Ok, doch, er ist tot. Er ist auch weggeschwinkt worden. Ja, Ripkler. Gut, dass der C4 angesagt war, wo das ist. Du Pfosten! Also hinten war's, ne? Klapper. Toxic. Warum kann man das nicht manchmal eigentlich anmachen? Manchmal... Was war ein... Da hat einer auf dich geschossen? Naja. Du hast selber geschossen, ne? Naja, ich hab geschossen. Aber ich hatte... Ich hatte das Gefühl gerade und ich hätte irgendjemand... Ok. Hast du mir was angeheftet? Hast du mir was angeheftet? Nein. Ich war Rappas... Ich war Rappas Shizuru, ja. Äh... Alles klar, Chantau. Alter, ich hab Shizuru gekillt. Der war Traitor. Der hat Chantau gekillt. Alter, du bist so ein Lauch, Alter. Oh Gott, war das schlecht, Alter. Alter. Chris, mach Chris weg. Ja. Mach Chris weg. Macht euch weg. Macht euch gegenseitig weg, Alter, ihr Lappen. Ja. Aim schon mal auf Chris, bitte. Ja, ja. Mach ich. Mach ich, mach ich. Alter. Macht euch einfach weg, Alter. Ich bleib weg von euch. Ah, ich sterb gleich. Ach, weißt du was? Fick dich. Du bist Traitor. Du musst kommen. Also, hau ab. Chris, bist du's? Ne, ich bin's halt wirklich nicht. Ja, deswegen... Es muss powerful sein. Alter, es muss powerful sein. Ich renne weg, dass er mich suchen muss. Ja, du kannst mir viel erzählen. Wow, ist... Hä? Das ist wirklich das Beste aus dem Fail gemacht, Alter. Ich wusste schon. Einer steht rechts von mir, einer steht links von mir. Das war das Geilste, Alter. Shitsuru knallt den Chantau halt genau in dem Moment ab und ich treffe ihn mit der komischen Melone, Alter. Ja, ja, ja. Richtig kacke, ey. Ich lebe ihn nicht. Ich junge, ey. Das war nicht reile, ey. Na gut. Aber da hab ich immerhin noch ein bisschen was draus machen können aus der Scheiße. Das war jetzt echt an, Alter. Ja, das war echt ein Mega-Delay. Ja, das war echt ein Mega-Delay. Und wenn du auch sagst, du Lauch. Oh, ich hab dich weggemacht. Ich hab Shitsuru getötet. Dann weiß ich nicht. Dann hat das irgendwie so unklappt, oder? Oh, er war ein Traitor. Oh, Mensch. Du Lauch. Ne, ich meine, du Lauch wegen der Aktion, wie der da gestorben ist. Na? Shitsuru hat auch direkt losgelacht, Alter. Hab ich richtig gehört, ey. Also, ich hab gar nicht gehört, wie die EP-Abo angekolpert. Ich wusste nur, dass sie existiert. Ja, geil. Klar, muss man zuhören. Ich war keine Runde Traitor. Traitor? Ich mein, Chris, Chris war ja schon so in der Hinsicht davon, weil er die 2 und 3 mal Traitor. Warte mal, du warst echt keine Runde Traitor? Nein, Mann. Keine einzige. Ich war immer nur in Traitor-Room oder so. Traitor-Room oder so. Keine Runde, keine einzige Runde Traitor. Das ist aber echt schlimm schade. Hier gibt's keinen Traitor-Room. Wollen wir den guten euch jetzt runter, ne? Jetzt. Warte. 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 Warte, ich will mich aber, ich will mich aber eh nicht da drunter stellen. Warte kurz. Kann ich mal einer runter machen? Kann ich reden. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Warte mal. Wohl, ist der gerade runter gefallen? Der ist nicht runter gefallen. Warte mal. Ey, hier wurde ich mal weggeschossen. Hast du wo? Da wurde gemeint. Da wurde gemeint. Ja, Chris war's. Ich hab Chris gemacht. Warte mal. Shizuro, hast du mich gerade... Hast du gerade auf mich geschossen? Nein, wir haben da oben gegen geschossen. Äh. Ich weiß halt, ob es Kler vielleicht noch ist. Äh. Warte mal. Ich glaube, Shizuro hat auf mich gebrennt. Nein, ne? Alter. Mit der Shotgun kann man nicht verfehlen. Kler? Geh weg von mir. Du bist es, oder? Ja, du bist es. Wer ist denn Proof von uns hier? Ich. Powerful. Shizuro? Shizuro? Weil ich Chris gemacht hab. Du bist es nicht? Wie sehr bist es nicht? Wie sehr bist es nicht? Gut. Zehn Prozent. Kler ist es. Nüge doch nicht. Ich hab da alles in der Hand. Harry Greene nicht erschießt. Jaaaa! Du Nutzer! Ich geb dir den Klick! Aus der Hölle! Wenn man selber diese Taschennappe nicht an hat, dann sieht man einfach gar nichts. Man wird nur eingeleuchtet.